Die Bauwelt ist Sonne im Herzen. Die Bauwelt ist für mich Wochenende subtil. Smart, but not intellectual. Sehr klar. Sie ist gut recherchiert. Kritisch, übersichtlich, knapp, concise. Ja, guter Cover und sonst trocken deutsch. Also die Schamoffensive ist die Bauwelt nicht. Finde ich auch gut. Serious magazine. Ist leicht mitzunehmen. Jesus, it's a subliminal exercise. It's clean, but not dry. Es ist immer leicht über diese Grenze des Verdaubaren, aber nicht zu sehr. Unabhängig. Sehr aktuell, zeitlos. Beautiful. Es gibt so ein paar Hefte, die waren so richtig was fürs Kopfkissen. Vielleicht nicht genug global. Ja, ist natürlich auch ein Berliner Klatschblatt, muss man sagen. Ein Standardelement in der architektonischen Kritik. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein bisschen eine Art von Nachstarkwerk. Und? Es ist schnell. Gelb? Gelb. Und gelb. Und gelb.